Ich habe ein bisschen Angst, weil ich Heuschnupfen habe. Aber ich habe schon die Tabletten genommen. Ja, es wird sicher mega streng. Vielleicht haben sie ja auch so eine Maschine zum Heus. Vielleicht haben sie ja nicht alles mit dem Rechen. Aber ich bin auch motiviert. Das ist glaube ich ein bisschen trümmelig. Und ein ganz schnelles Glas Wasser. Ja, kein Problem. Das ist ja ein Motormeier. Okay, schütteln, schütteln, schütteln. Die Linken kannst du machen. Sorry. Das ist schlimm. Verlägt kurz in dir und dann kannst du weiter oben machen. Nein, das ist okay. Ist gut. Du machst eine Pause. Und vor allem mit dem Hügel. Pratsch. Das Meer war zu mühsam. Ich hatte schon Angst vor der Maschine. Wenn die runterrollen und mich irgendwie gehüpft. Und dann alles noch hoch. Und dann die Hora Bremen. Jetzt gehen wir gleich kreiseln. Ich glaube, es geht dir besser. Ja, ja, ja. Nicht, dass wir auf dem Altheimen kreiseln. Nein, nein. Und der kann nicht kippen, dass ich hier runterrollen. Ja, wenn alles normal geht, sollte der nicht kippen. Aber es gibt jedes Jahr schlimme Anfälle. Ich muss das immer individuell runterrollen, wenn es einmal drin ist. Jetzt muss man so ein Tiger bringen. Und dann fahren. Anscheinend hat er gesagt, dass es ab und zu schwere Umfälle gibt. Und ich habe schon gesehen, was heute passiert. Von der Zeit aus. 21. 21. 21. Ah. Das Sitzung ist mega schwindlig. Hat jemand besser, dass ich nichts trinken mag? Ich bin ein ganzer Othana-Mensch. Immer ist es gleich ein bisschen trümmelig. Das Mähe und das Heu war überhaupt nicht meine Disziplin. Wenig schlafen, dann habe ich die Hände oben, dann hat die Sonne oben drauf geknallt. Plus habe ich viel mehr Respekt vor der Maschine, weil ich die ganze Zeit gesehen habe, dass ich die Hügel herunterrolle und die Maschine immer hin und mich geköpft, was zum Glück nicht passiert ist. Vertraue und glaube, es ist ganz sicher, dass ich die Hügel herunterbie bin. Und ich hoffe, es ist sehr schnell. Ich hoffe, es hat mich nicht gemacht.